Unser bekanntes Filmteam berichtet wieder über Neuzugänge, Baufortschritte und interessante Zugzusammenstellungen auf unserer Modelleisenbahn. Ja, hallo Leute, heute stellen wir euch die neue Baurei 210 von Rocco vor mit Artikelnummer 78765. Mit den wichtigsten Funktionen zunächst und im späteren Verlauf werden wir sie an den TE Bavaria 57 dranhängen. Und zwar eben an erster Stelle gleich hinter der Lok einen AM203 in Popfarmlackierung und auch noch ein alter roter BRM Speisewagen der SBB. Ja, so ungefähr sind die Züge zwischen Lindau und München etwa im Jahr 71, 72 gefahren. Viel Spaß mit dem Video, Like und Abo nicht vergessen. Ach ja, noch was. Der Zug, den wir heute präsentieren, ist abgebildet auch zum Beispiel im alten Märklin-Katalog von 1975. Könnt ihr mal reinschauen. Viel Spaß und viel Vergnügen. Ciao. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.